Es ist nur ein Lärm mit dieser Olympiade. Dabei wollen wir sie gar nicht. Seid ihr schon, wir haben kalte Bätter. Ohne Milliarden wird gerade Bündner ein kalter Kanton. Die dürfen ja nicht einmal ein Olympisches Dorf bauen, denn das gilt jetzt als zweites Dorf. Das ist alles nachhaltig, im Einklang mit der Natur. Was heisst das? Kannst du Medaillen kompostieren? Nein, die Medaillen machen sonst die Bündner Nustorten. Und das kostet eine Milliarde. Komm, lass mal in die Schule. Zahlt der Ueli Maurer? Ueli! Ueli! Dem kannst du nicht trauen, das ist ein Unterländer. Hör mal auf Mozza, Graubünden gewinnt, die Schweiz kann zahlen. Ueli! 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 Mike, was machst du? Victor, wenn du mich fragst, die Olympiaden böcklen. Bleh! Danke. 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 Danke.